vielen dank dass ich hier sein darf vielen dank für die einladung und vor allen dingen für die möglichkeit hier heute über meine arbeit sprechen zu dürfen das tue ich nämlich in der regel sehr gerne und am liebsten tue ich es wenn ich über sprache reden darf und das möchte ich heute tun und insofern hoffe ich dass ich die zeit einigermaßen im blick behalte und ich würde mich freuen wenn wir im anschluss an den vortrag vielleicht über das eine oder andere thema ins gespräch und in die diskussionen kommen den titel des vortrags sehen sie eingeblendet die sprache stets im blick sprachreflexion als teil der handlungskompetenz und bevor ich starte möchte ich ihnen kurz überblick vermitteln was sie erwarten wird ich würde zunächst ganz gerne noch mal motivieren wollen warum es sich denn lohnt die sprache stets im blick zu behalten bevor ich dann auf die grundsätze eines sprachbewussten unterrichts zu sprechen komme im anschluss daran würde ich ihnen gerne zwei kleinere studien aus der praxis vorstellen eine davon haben wir bei uns an der jgu in mainz durchgeführt und schließen würde ich den vortrag dann mit implikationen für die lehrkräfte bildung und auch hier möchte ich ihnen wenn die zeit noch reicht ganz gerne zwei praxisprojekte vorstellen für einen erfolgreichen bildungsweg sind bildungssprachliche kompetenzen notwendig ich denke diese aussage haben sie in dieser oder in einer ähnlichen form bestimmt schon mal gehört oder gelesen und ich nehme an dass sie dieser aussage auch zustimmen hinter dieser aussage stehen im grunde vier annahmen nämlich dass bildungskontexte sich durch besondere sprachliche mittel auszeichnen welche wiederum von den lernenden lernenden die sich innerhalb dieser bildungskontexte bewegen beherrscht werden müssen um drittens den bildungsweg erfolgreich abschließen zu können und das alles führt zusammengenommen zu aspekt vier nämlich das fachliches und sprachliches lernen in diesem punkt hand in hand gehen halten wir diese letzte annahme fachliches und sprachliches lernen geht hand in hand für den augenblick noch etwas fest was heißt das eigentlich kurz gefasst bedeutet es dass sprache als grundlage für das lehren und lernen unabdingbar ist sprache ist grundlage für das verstehen und für das kommunizieren im unterricht und ist somit auch gleichzeitig grundlage für den erkenntnisgewinn und ist so gesehen natürlich die grundlage für einen guten unterricht das fachliches und sprachliches lernen hand in hand geht bedeutet aber auch dass lernende wiederum spezielle sprachliche kompetenzen benötigen um fachliche inhalte erwerben zu können und um fachliche inhalte wiedergeben und auch weitergeben zu können verfügen lernende nicht über diese sprachlichen kompetenzen so können fachinhalte oftmals nur unzureichend erschlossen werden und somit kann sprache in dieser situation auch zu einer barriere im unterricht werden vor diesem hintergrund ist es nur konsequent dass der erwerb und der ausbau bildungssprachlicher kompetenzen mittlerweile in den bildungsstandards verankert ist ja aber ich denke ja sie alle wissen dass es hier um weit mehr geht als um die verankerung in den bildungsstandards sondern es geht wenn es um sprache geht auch immer um eine also um chancengleichheit und um teilhabe denn sprache kann auch als mittel zur selektion und eben auch zur exklusion genutzt werden daher ist es eben notwendig und unabdingbar ja dass ein guter unterricht neben fachlichen kompetenzen auch sprachliche kompetenzen im blick behält und genau das ist der kern ja des konzepts eines sprachbewussten oder sprachsensiblen unterrichts dieses konzept ist jetzt nicht neu in den letzten zehn bis 15 jahren ist das interesse an diesem thema unglaublich gewachsen und seitdem sind sehr viele arbeiten dazu entstanden einige davon bei weitem nicht alle werde ich im laufe des vortrags auch noch mal explizit aufnehmen aber lassen sie uns zunächst erst noch mal klären was eigentlich der begriff sprachbewusst in diesem kontext sprachbewusster unterricht eigentlich heißt sprachbewusst beziehungsweise sprachbewusstheit bedeutet in aller kürze dass ich willentlich sprache und denke und den gebrauch von sprache betrachte ein unterricht ist also dann sprachbewusst wenn ich sprache beziehungsweise die sprachlichen mittel die mit dem unterricht einhergehen betrachte und auch reflektiere und insofern ist sprachreflexion jetzt also nicht nur das alleinige betrachten von sprache und sprachgebrauch sondern meint vielmehr das erkennen von strukturen von mustern und setzt daher eben neben einer sprachbewusstheit auch sprachliches wissen voraus nun stellt sich die frage wie denn nun sprache und sprachgebrauch mit blick auf eine unterrichtsgestaltung zu reflektieren sind und in diesem kontext fallen mir zwei weitere fragen ein die wir vielleicht erst mal klären sollten bevor wir die ausgangsfrage klären und diese beiden fragen lauten wo begegnet uns eigentlich sprache im unterricht und in welcher form begegnet uns sprache im unterricht fangen wir mit frage eins an denn die ist relativ schnell beantwortet kurz gesagt sprache ist im unterricht eigentlich allgegenwärtig wir finden sprache in lehrbüchern in arbeitsheften in arbeitsaufträgen sprache geschieht wenn die lehrkraft einen vortrag hält wenn lernende ein referat halten wenn es zur interaktion zwischen lehrkraft und lernenden kommt oder eben zur interaktion zwischen den lernenden sprache passiert aber auch in form von filmen oder audio sequenzen ja also andere medien all das was wir im unterricht verwenden ist in der regel immer mit sprache verbunden kommen wir zur frage zwei in welcher form begegnet uns sprache im unterricht und hier denke ich sind drei aspekte zu differenzieren um diese frage zu beantworten einmal kann sprache mit blick auf ihr abstraktionsniveau betrachtet werden einmal mit blick auf ihre funktion und natürlich mit blick auf register und modalität leise leise entschuldigung josef leisen zufolge können wir sprache im unterricht auf verschiedenen abstraktionsniveaus erleben so gibt es die nonverbale ebene hierbei werden konkrete gegenstände präsentiert dann gibt es die bildliche ebene auf der sachverhalte mittels bildhafter sprache veranschaulicht werden beispielsweise in form von fotografien skizzen zeichnungen et cetera auf der sprachlichen ebene sind dann alle mündlichen und schriftlichen sprachlichen handlungen erfasst und leisen differenziert hier nochmal nach handlungen der alltagssprache der unterrichtssprache und der fachsprache ich werde das später noch einmal aufgreifen er differenziert weiterhin sprache auf der symbolischen ebene hier in form von diagrammen tabellen und grafen und schließlich gibt es sprache auch auf formaler ebene nämlich mittels abstrakter symbole in form von formeln welche funktionen von sprache können nun für den unterricht differenziert werden nun michala klempke und goeke differenzieren insgesamt ein paar mehr als diese vier funktionen die ich hier zusammengefasst habe aber das erscheinen mir hier die wichtigsten zu sein sprache kann und ist natürlich lernmedium im unterricht ja das heißt über sprache vermitteln wir fach inhalte sprache kann aber auch selbst zum lernen und reflektionsgegenstand werden nämlich dann wenn sprache selbst als lerngegenstand also im mittelpunkt des unterrichts im mittelpunkt der betrachtungen steht sprache ist natürlich auch kommunikationsmittel im unterricht ganz klar wir nutzen sie zum austausch zum nachfragen um rückmeldungen zu geben der interaktion zwischen lehrkraft und lehrende und so weiter und nicht zu vergessen sprache ist natürlich auch mittel zur leistungsüberprüfung denn lernende müssen in der regel ihre kompetenzen in mündlicher oder schriftlicher form unter beweis stellen und neben der fachlichen richtigkeit die nun auch also die nun mal auch mittels sprache dargestellt werden soll steht eben auch die sprachliche richtigkeit im fokus der bewertung und dies gilt augenscheinlich vor allem für sogenannte sprachfächer also für deutsch und fremdsprachen aber tanja teimel zeigte 2010 in einer wunderbaren studie am beispiel des faches physik dass fachlich richtige antworten die sprachliche mängel aufwiesen von lehrkräften tendenziell auch als fachlich schlechter bewertet werden eine letzte differenzierung für sprache haben wir noch vor uns eine mit der sie sicherlich vertraut sind nämlich die differenzierung nach register und modalitäten begriffe wie alltagssprache bildungssprache fachsprache schulsprache mündlichkeit und schriftlichkeit spielen hier eine rolle und ich gehe mal davon aus dass sie mit den begriffen alltagssprache bildungssprache und fachsprache vertraut sind deswegen würde ich auf diese begriffe jetzt gar nicht weiter eingehen sondern würde lediglich mich mit dem begriff der schulsprache noch etwas beschäftigen vielleicht fragen sie sich an der stelle wieso taucht er hier in diesem kontext auf ist der relevant entschuldigung letztendlich ist mit dem begriff schulsprache gemeint dass hier ein sprachliches register vorliegt was sich ausschließlich auf die institution der schule bezieht gemeint ist hier vor allem eine sprache die eben durch die schule hervorgebracht wird beziehungsweise die für schulische zwecke eingesetzt wird so ist beispielsweise erörtern beziehungsweise die erörterung etwas was den lernenden außerhalb der schule eher selten begegnet und obwohl wir diese verschiedenen register alltagssprache bildungssprache fachsprache schulsprache irgendwie individuell charakterisieren und auch modellieren können so weisen sie doch natürlich auch große schnittmengen ja untereinander auf zu beachten ist aber dass wir sie alle gleichermaßen im unterricht antreffen ja es ist nicht so dass jetzt unterricht immer nur das register der bildungssprache bedient sondern in der regel treffen hier verschiedene register aufeinander wie schaut es jetzt mit blick auf die modalitäten aus auch hier denke ich sind ihnen die konzepte von mündlichkeit und schriftlichkeit vertraut einen aspekt möchte ich kurz hervorheben obwohl wir für die mündliche wie auch für die schriftliche sprache eben besondere charakteristika ausmachen können so sind sie so sind doch die kontexte des mündlichen und des schriftlichen sprachgebrauchs nicht statisch wir können im mündlichen genauso eigenschaften einer konzeptionellen schriftlichkeit finden wie in schriftlichen kontexten auch eigenschaften einer konzeptionellen mündlichkeit wenn wir das ganze nun zusammenfassen wie sind sprache und sprachgebrauch mit blick auf die unterrichtsgestaltung zu reflektieren dann stellen wir fest dass sprachreflexion nach all dem was ich jetzt hier kurz zusammengefasst habe doch eine sehr anspruchsvolle aufgabe darstellt denn es gilt sprache zu reflektieren mit blick auf ihre funktion im unterricht die eigene sprache muss reflektiert werden genauso wie die sprache der lernenden und ebenso wie die sprache beziehungsweise die sprachlichen anforderungen die das eingesetzte material im unterricht mit sich bringt und dies gilt es zu reflektieren mit blick auf die register und die modalität die verwendet werden in der sprache beziehungsweise die erwartet werden von den lernenden beispielsweise in ihrem antwortverhalten und genauso muss auch das verwendete beziehungsweise das erwartete abstraktionsniveau von sprache analysiert oder beziehungsweise reflektiert werden insofern kommt hier eine ganze menge zusammen ja und zusammengefasst bedeutet dass das eben sprachreflexion im rahmen eines sprachbewussten unterrichts auf verschiedenen ebenen der unterrichtsplanung stattfinden muss ich hatte schon angedeutet in den letzten jahren ist in dem bereich sprachbewusster unterricht sehr sehr viel passiert ja ich habe ihnen jetzt hier nur eine auswahl von arbeiten zum thema mal mitgebracht die liste würde ich sagen ist fast unerschöpflich wir sehen hier verschiedenste arbeiten das sind arbeiten die rein konzeptionell forschen sind arbeiten darunter die sehr praxisnah forschen die methoden vorstellen die analysebögen zur verfügung stellen um eben lehrkräften in der praxis ja also eine unterstützung geben zu können einige von den materialien werde ich in den nächsten minuten auch noch mal genauer aufgreifen so dass sie sich da ein bisschen den überblick verschaffen können es gibt ein konzept was mittlerweile auch schon naja gut 20 jahre wenn ich sogar noch älter ja also 20 jahre alt ist was denke ich sehr wegweisend war für die ganze entwicklung zum thema sprachbewusster unterricht und das ist das konzept des gefordings von gibbons dieses konzept ist mittlerweile ja gut zehn bis zwölf jahre alt würde ich denken ich weiß nicht barbara was würdest du sagen ja wenn ich noch älter also ich glaube in den letzten zehn zwölf jahren ist es sozusagen hier in unsere didaktischen diskurse geschwappt ja und oftmals zumindestens mein eindruck wird dieses konzept des gefordings von gibbons sehr verkürzt dargestellt weil es meistens darauf reduziert wird zu sagen scaffolding ja stichwort gerüstbau zielt darauf ab den lernenden sprachliche unterstützungsmaßnahmen an die hand zu geben damit sie die anforderungen im unterricht bewältigen können und dann gilt es eben diese unterstützungsmaßnahmen peu a peu wieder zurückzunehmen warum ist das ein bisschen verkürzt weil letztendlich dieser ansatz des scaffoldings sowie in gibbons formuliert hat sich eigentlich auf die komplette unterrichtsplanung bezieht das heißt sie definiert vier bausteine die bedarfsanalyse die lernstandsanalyse und die unterrichtsplanung das sind alles bausteine die auf oder die sie als sogenanntes makro scaffolding bezeichnet bezeichnet die also in einer art vorbereitenden in einer planenden phase stattfinden die unterrichts interaktion bezeichnet sie dann als mikros scaffolding das ist das was dann im unterricht als er in form von interaktion zwischen lehrkraft und lernenden passiert ich habe nun im folgen oder ich habe nun mal versucht die verschiedenen ansätze leitlinien prinzipien des sprachbewussten unterrichts ja was sie in den vielen arbeiten finden mal zusammenzufassen und irgendwie auf einen nennen zu bringen ja wenn sie in die literatur schauen werden sie feststellen jeder formuliert ist ein bisschen anders aber irgendwie sind sie sich doch alle sehr ähnlich und deshalb habe ich mir mal erlaubt mich vor allen dingen mit den arbeiten von teimel und hegi mädt und schmölzer eibinger und kolleginnen von michalla klemke und gölge und von bese und kolleginnen zu beschäftigen und sozusagen ihre sichtweise auf die gestaltung eines sprachen bewussten unterrichts noch mal versucht er zusammenzutragen und zu straffen ich habe mich jetzt das ist so ein bisschen an teimel und hegi mädt angelehnt entschieden so eine art 3er baukasten oder mehr system hier vorzunehmen das heißt die grundsätze einer sprachbewussten unterrichts gestaltung gliedern sich einmal in die rahmung den anforderungen und umsetzungen und ich würde jetzt gerne sozusagen in den folgenden minuten mit ihnen das gemeinsam mal anschauen was jetzt genau dahinter steckt zur rahmung würde ich diese vier punkte zählen bildungssprachliche kompetenzen sind ein ziel eines sprachbewussten unterrichts und dürfen daher auf seiten der lernenden nicht vorausgesetzt werden eine sprachbewusste unterrichts gestaltung betrifft alle fächer die verwendung von sprache ist im unterricht generell durch sprachaufmerksamkeit und sprachreflexion geprägt damit sprache ein inhärenter teil des unterrichts wird muss sie bereits bei der unterrichtsplanung eingesetzt werden ich denke der erste punkt dass die bildungssprachlichen kompetenzen ein ziel des unterrichts sind und nicht zu den voraussetzungen zählen dürfen darüber müssen wir glaube ich nicht weiter reden kommen wir zu punkt zwei eine sprachbewusste unterrichts gestaltung betrifft alle fächer letztendlich bedeutet dieser punkt dass alle lehrkräfte in ihrem unterricht sprachbewusst agieren sollen idealerweise auch noch fachübergreifend heißt das jetzt dass jeder unterricht zugleich auch ein sprachunterricht ist ja das heißt es heißt das dass jetzt jede lehrkraft eine versteckte deutschlehrkraft ist nein das heißt es natürlich nicht ja aber es ist letztendlich so dass jede dass jedes fach seine eigene fachsprache besitzt und entsprechend muss der fachunterricht auch diese fachsprache vermitteln das kann gar nicht die aufgabe des deutschunterrichts allein sein weil der deutschunterricht eine eigene fachsprache hat ja die er vermitteln muss und die anforderungen die fachsprachlichen anforderungen der fächer sich von den fachsprachlichen anforderungen des faches deutsch auch unterscheiden nichtsdestotrotz bildet der deutschunterricht schon eine grundlage weil hier den schülerinnen explizites sprachliches wissen vermittelt wird wie beispielsweise wortarten unterscheidung von haupt und nebensatzstrukturen also hier wird das werkzeug mit an die hand gegeben was für sprachreflexive prozesse im fachunterricht notwendig ist ein interessanter punkt den ich hier noch hinzufügen möchte der nochmal dieses argument unterstützt dass der deutschunterricht nicht allein für alles hier verantwortlich sein kann ist oder basiert wiederum auf einer studie von tanja theimel wiederum zur zum fachphysik sie hat 2001 den rahmenlehrplan für die seck 1 fachphysik analysiert und hat sich darin mal die enthaltenen sprachhandlungen wie beschreiben und begründen angeschaut und auch die fachlichen handlungen wie beispielsweise experimentieren und heimel kommt hier zu dem ergebnis dass der rahmenplan deutlich mehr sprachliche als fachliche handlungen ja enthält und insofern ist auch klar ja das unterstreicht es noch mal dass jedes fach für seine eigene fachsprache oder für die vermittlung der eigenen fachsprache verantwortlich ist für eine fachübergreifende arbeit an dieser stelle spricht dass es sprachliche handlungen gibt die in verschiedenen fächern auftauchen aber jeweils eine fachspezifische auslegung erfahren nehmen wir zum beispiel die handlung des beschreibens diese finden wir im deutschunterricht ganz klassisch fünfte schuljahr personenbeschreibung oder tierbeschreibung wir finden sie aber auch im kunstunterricht wenn es um bildbeschreibungen geht und wir finden sie auch in naturwissenschaftlichen fächern wenn es um die beschreibung von experimenten oder von experiment abläufen geht alle beschreibungen verlangen so gesehen die gleiche sprachliche handlung nämlich die des beschreibens jedoch stellen die fächer verschiedene fachsprachliche anforderungen und lernende müssen letztendlich eine abstrakte vorstellung ja eine art metatext sorte beschreibung entwickeln und dazu ja es ist notwendig dass sie eben diese 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 textur und beschreibung in ihren ganzen variationen ja in ihrem bildungsweg auch kennenlernen und insofern bietet sich natürlich genau an diesen stellen eine fachübergreifende zusammenarbeit an kommen wir zum nächsten punkt die verwendung von sprache ist im unterricht generell durch sprachaufmerksamkeit und sprachreflexion geprägt ich denke hier kann ich mich auch kurz fassen dazu habe ich am zu beginn des vortrags genug gesagt was ja worauf man sich alles konzentrieren kann bzw konzentrieren sollte kommen wir zum letzten punkt der rahmung damit sprache ein inneren teil des unterrichts wird muss sie bereits bei der unterrichtsplanung mit einbezogen werden das bedeutet letzt an letztlich nichts anderes als das sprache oder sprachliche anforderungen die mit dem unterricht einhergehen von anfang an mitgedacht werden müssen bedeutet natürlich auch dass ich die sprachlichen anforderungen meines unterrichts kennen muss teimel und hegi med schlagen hierzu ja eine adaptierte form des planungsrahmens vor der geht eigentlich auch auf problem gibbons zurück die stärke des planungsrahmens ist es einen umfassenden überblick über alle geplanten sprachaktivitäten im gesamten unterricht zu bieten was heißt das jetzt der planungsrahmen sie sehen hier sieht recht simpel aus eine relativ überschaubare tabelle in der es letztendlich darum geht allgemeine aktivitäten der stunde aufzulisten und diese dann runter zu brechen auf hören sprechen lesen und schreiben gleichzeitig soll für diese vier modalitäten diese die sprachstrukturen notiert werden die in der stunde vorkommen die relevant sind und in einem letzten schritt wird dann ja für die jeweiligen strukturen das vokabular bestimmt was ihr wichtig ist ja wir haben sie mal ein beispiel wo sie sehen ja wie man sich das in etwa vorstellen kann und auf grundlage dieses planungsrahmens kann ich nun erkennen welche sprachlichen aktivitäten habe ich überhaupt in meinem unterricht habe ich überhaupt verschiedene oder mache ich eigentlich die ganze stunde immer wieder das gleiche ja und vor allen dingen welche strukturen setze ich denn voraus welche strukturen stecken vielleicht in den texten oder in aufgabenstellungen oder verwende ich ja wenn ich vielleicht ein arbeitsblatt erstelle oder welches vokabular erwarte ich denn von den schüler innen wenn sie beispielsweise kurzreferat halten sollen ja kommen wir zu den anforderungen ja das eben waren sozusagen die rahmung so das grundsätzliche welche anforderungen speziell für die lehrkraft gibt es nun nun die drei anforderungen die ich hier formulieren möchte lauten die lehrkraft kennt die sprachlichen anforderungen des unterrichts die lehrkraft kennt den lernstand inklusive den den sprachlichen inklusive der sprachlichen fähigkeiten der lernenden die lehrkraft kann konkrete sprachliche kompetenzen benennen die im rahmen des unterrichts erworben und vertieft werden sollen dass die lehrkraft die sprachlichen anforderungen des unterrichts kennt das lässt sich jetzt so leicht und fluffig formulieren ist aber wenn man genauer darüber nachdenkt doch eine sehr komplexe angelegenheit weil es nämlich genau an dieser stelle zu reflektieren gilt welche sprache bringe ich in den unterricht ein mittels der materialien die ich den schülerInnen gebe also texte aufgaben diagramme wenn ich ein lehrer vor allem selber einen vortrag gestalten möchte ja welche sprache verwende ich und auf der anderen seite muss ich aber auch den erwartungshorizont reflektieren das heißt wenn ich eine phase habe wo lernende selber eine schriftliche also eine aufgabe schriftlich bearbeiten sollen anschließend soll vorgetragen werden brauche ich als lehrkraft eine vorstellung darüber was erwarte ich denn hier überhaupt für eine antwort wann ist die fachlich richtig wichtig aber welche sprache erwarte ich denn hier auch für die analyse des sprachlichen inputs finde ich bietet sich das instrument zur sprachbildenden analyse von aufgaben isa von caspari und kolleginnen an das ist ein instrument was im rahmen des projekts sprache bilden chancen an den berliner universitäten entwickelt wurde und das ist ja material was man sich ganz wunderbar über die projekt homepage runterladen kann und wo man ja an die hand genommen wird und schritt für schritt analysieren kann welche sprachlichen anforderungen in einer aufgabe inklusive des textes ja auf die schülerinnen oder für die schülerinnen zukommen zunächst führt man eine didaktische analyse der aufgabe durch um das lernziel zu bestimmen danach kriegt man über leitfragen hinweise darauf wie man ja den begleittext analysieren kann ebenfalls über leitfragen kann man dann die aufgabenstellung reflektieren und das instrument bietet zudem auch noch die möglichkeit den erwartungshorizont mit blick auf seine sprache zu reflektieren um erwartung um den erwartungshorizont zu reflektieren gibt es aber auch noch ein anderes instrument was sich anbietet das ist das sogenannte konkretisierungs raster nach tanja theimel und sarah hegimed und auch hier sehen sie ist der aufbau relativ überschaubar das heißt wir haben auch hier eine tabelle wo man zuerst mit blick für eine ganz konkrete aufgabe zunächst erstmal die aufgabenstellung festhält dann die sprachliche handlung bestimmt um die es gehen soll und dann formuliert man tatsächlich den erwartungshorizont das heißt man formuliert aus so als wenn man ja man nimmt einen perspektivwechsel vor versetzt sich ja in den lernenden oder in die lernende hinein und formuliert aus und anschließend schaue ich mir den erwartungshorizont an und benenne wörter strukturen phrasen setze ja die ich hier erwarte und insofern kann ich mit diesem relativ doch simplen vorgehen mir einen sehr guten überblick verschaffen welche sprachlichen anforderungen eben mit einer aufgabe einhergehen die zweite anforderung bezieht sich auf die erfassung des lernstands inklusive der sprachlichen kompetenzen der lernenden das bedeutet dass die lehrkraft den sprachstand der lernenden einschätzen können muss wobei hier natürlich völlig klar ist dass hier keine detaillierte sprachstandserfassung für jeden lernenden erstellt werden kann ja aber als lehrkraft sollte man einschätzen können ob die sprachlichen anforderungen die man unter punkt 1 analysiert hat von den lernenden ja in der lerngruppe bewältigt werden können warum ist es wichtig weil eigentlich dann auf dieser grundlage nämlich schritt drei greift nämlich die formulierung von konkreten sprachlichen kompetenzen die im rahmen des unterrichts erworben oder vertieft werden sollen besser et al sprechen hier auch von sprachlichen lernzielen die formuliert werden um ganz konkret machen zu können worum es mir mehr durch meine sprachbrille betrachtet im unterricht geht diese lernziele die hier formuliert werden sollen sollten sprachliche anforderungen erfassen die zum einen typisch für das fach sind und die den lernenden in dieser oder in ähnlicher form auf ihrem bildungsweg auch noch einmal begegnen werden zudem sollte das sprachliche lernziel immer etwas über dem derzeitigen kompetenzstand der lernenden liegen ganz klar ja damit ein fortschritt eine vertiefung auch stattfinden kann kommen wir zu dem letzten baustein zu den umsetzungen sie sehen ich habe hier fünf punkte formuliert ich versuche mich kurz zu fassen ja unter umsetzung verstehe ich nun die konkreten schritte der planung beziehungsweise das also schritte der planung der unterrichtsplanung beziehungsweise eben das handeln im unterricht selbst um sprachliche lernziele was ich mir formuliert habe auch erreichen zu können dazu zählen die folgenden punkte ein sprachbewusster unterricht knüpft sowohl sprachlich als auch fachlich an die lebenswelt der lernenden an das ist ein allgemeiner grundsatz für jede unterrichtsvorbereitung ich denke darüber müssen wir in diesem kontext nicht reden in einem sprachbewussten unterricht werden sprachliche mittel zur verfügung gestellt sowie maßnahmen ergriffen damit alle lernenden sprach handlungsfähig sind was ist jetzt letztendlich darunter zu verstehen nun im grunde genommen meint dieser punkt dass ich an wenn ich feststelle dass zwischen den sprachlichen anforderungen die mein unterricht mit sich bringt und den sprachlichen leistungen die über die meine lernenden oder über die die schülerinnen gruppe verfügt wenn dort eine lücke herrscht dann muss ich diese lücke versuchen zu schließen das heißt ich muss in meinem unterricht darauf reagieren ich muss also didaktische maßnahmen ergreifen um sprachlich unterstützend wirken zu können insofern betrifft dieser punkt natürlich methoden die wir im unterricht einsetzen können um sprachliche hilfestellungen sprachliche unterstützungsmaßnahmen bieten zu können eine unterstützungsmaßnahme meint jedoch nicht dass man sozusagen die sprachlichen hürden auf die die schülerinnen vielleicht im kontext des unterrichtstreffen zur seite stellt also es geht nicht darum texte zu vereinfachen oder zu verkürzen oder irgendwo fachbegriffe raus zu streichen ja das ist eigentlich genau der falsche weg ja weil denken sie an eine klassenarbeit die sie schreiben oder eine abschlussprüfung die geschrieben werden muss da geht auch niemand vorher hin und fängt an fachbegriffe raus zu streichen ja also insofern sind hier didaktische maßnahmen gemeint die dazu führen dass lernende selbstständig ja diese sprachlichen hürden überwinden es gibt wunderbare arbeiten dazu sehr sehr viele hefte die der 50 tipps für die praxis und so weiter geben ich denke das bekannteste ist die sammlung methoden werkzeuge für den sprachsensiblen fachunterricht von josef leisen ja eine großartige homepage die dahinter steht wo man sich umfassend informieren kann kommen wir zu dem dritten punkt in einem sprachbewussten unterricht findet ein aktives und authentisches sprachhandeln statt hier sind unter anderem sprachfördernde aktivitäten wie zum beispiel ein verständnis sicherndes und klärendes rückfragen gemeint zur förderung eines aktiven sprachhandelns seitens der lehrkraft bedarf es aber auch unterrichtsdialoge die die lernenden dazu anregen auch längere und komplexere äußerungen zu produzieren ja das bedeutet weniger ja nein fragen stellen mehr offene fragen stellen ja um ebenso die lernenden dazu zu animieren sich auch in einem längeren zusammenhang einmal zu äußern so ein aktives sprachhandeln kann beispielsweise auch durch ein kooperativ oder durch kooperative schreibformen erreicht werden ja so das muss nicht immer alles mündlich passieren in einem sprachbewussten unterricht sind die sprachlichen anforderungen explizit und transparent das bedeutet sprachliche handlungen die mit der bearbeitung einer aufgabe verbunden sind sollten transparent für die lernenden sein kurz und kolleginnen geben diesen punkt noch einen gewissen effekt in dem sie sagen naja es muss nicht nur auf die transparenz der sprachlichen handlungen geachtet werden sondern es geht auch darum auf sprachliche voraussetzungen zu achten die in aufgaben drin stecken damit meinen sie beispielsweise aufgaben die ein bestimmtes sprachgefühl also ein gewisses implizites sprachwissen voraussetzen das dann für die korrekte bearbeitung der aufgabe notwendig ist wenn es beispielsweise um genusbestimmung geht ja und ich habe hier mal ein beispiel aus dem deutschbuch klasse 5 überarbeitet die sätze so dass sie eindeutig sind geht so vor schreibt den text ab und unterstreicht dann alle personal und possessivpronomen jetzt kommt ja das worauf ich hinaus will verbindet die personal und possessivpronomen mit den nomen auf die sie sich eigentlich beziehen zum beispiel durch einen pfeil wo bezieht sich ein pronomen auf mehrere nomen so dass unklarheiten entstehen also das ist klar was mit die schülerinnen hier erkennen sollen ja aber diese aufgabe kann nur dann gelöst werden vor allen dingen auch aufgabe c mehr die überarbeitung der sätze dass sie also eindeutig werden wenn ich den genus der substantive weiß diese aufgabe ist aber auch noch ein ganz wunderbares beispiel daher dafür wie wichtig erwartungshorizonte sind weil ein schüler diese aufgabe so gelöst hat hat sich ganz strikt an die aufgabenstellung gehalten hat pfeile gemalt hat auch verstanden worum es geht ja aber ob das jetzt sozusagen ja unbedingt das ergebnis der aufgabe sein soll da bin ich mir nicht ganz so sicher ja schauen wir weiter kurzen kolleginnen formulieren noch einen zweiten aufgaben typ nämlich aufgaben die ein sprach basiertes welt wissen voraussetzen und damit sind aufgaben typen dieser art gemeint die wir oder glaube ich vor allen dingen im mathematik unterricht finden wenn hier der alltagsbezug dargestellt werden soll ja und so haben wir eben hier in der aufgabe 13 ein fußballspiel dauert 90 minuten dem torhüter timo hildebrand gelang es in der zeit vom 25 mai bis 4 oktober 2003 kein einziges gegentor zu kassieren und sein tor 884 spielminuten in folge sauber zu halten gibt an wie viele spiele der torhüter kein gegentor kassiert hat ja also gegentor kassieren kasten sauber halten ja da merken sie schon wo hier der haken sein könnte die nächste aufgabe finde ich noch viel faszinierender familie schmoll möchte sich ein neues auto für 17.500 euro kaufen mit dem verkäufer vereinbart sie folgende finanzierung anzahlung sofort 3100 euro 48 gleiche monatsraten sowie eine restzahlung am ende der laufzeit und so weiter wie teuer ist eine monatsrate wenn keine zinsen anfallen ja das ist schon ein hammer finde ich ja worauf ich hier hinaus will denke ich ist klar na also hier stecken so viele konzepte drin die man wissen muss um überhaupt eine idee davon zu bekommen was man hier errechnen soll kommen wir zum letzten punkt in der umsetzung in einem sprachbewussten unterricht werden gegenstände von der konkreten anschauung hin zu einer abstrahierenden distanz vermittelt das bedeutet letztendlich salopp formuliert vom einfachen zum komplexen und damit einhergehend eben auch den übergang von einer konzeptionellen mündlichkeit zu einer konzeptionellen schriftlichkeit entschuldigung das müsste ich ändern knifka und neuer halten quasi diese oder haben diese leitlinie in dieser skizze festgehalten und hier kann man zwei dinge ganz wunderbar erkennen es ist jetzt ein beispiel für den erdkunde unterricht wo es um die funktionsweise eines kompass geht wir sehen auf der fachlichen ebene eben die steigerung von der konkreten anschauung also ausprobieren anschauen wie sieht so ein kompass aus und so weiter ja hin zu einer abstrahierenden distanz dass man einen fachtext darüber liest und dazu aufgaben beantwortet und auf der seite der sprache sehen wir dass hier erst mal in der mündlichen erzählung in der alltagssprache begann begonnen wird ja die partnerinnen tauschen sich darüber aus was sie vielleicht schon mal ob sie schon mal selber kompass benutzt haben und so weiter und auch hier sehen wir dann wie sozusagen die sprache oder die ja mit mit blick auf ihre strukturen auf die nutzung komplexer wird und eben dann mit blick auf den fachtext in einer konzeptionellen schriftlichkeit endet an der stelle müssen sie und ich erstmal kurz luft holen das war jetzt sehr viel wir haben unter dem motto die sprache stets im blick gesehen warum es notwendig ist über sprache und sprachgebrauch im unterricht zu reflektieren wir haben verschiedene funktionen von sprache verschiedene abstraktionsniveaus und wir haben verschiedene register und modalitäten im unterricht hinzu kommt dass wir sprach im unterricht eigentlich immer immer parat haben in verschiedenen medien büchern audio sequenzen video sequenzen gesprochene sprache und so weiter ja und all das muss irgendwie in diese unterrichtsplanung mit rein dazu habe ich diese drei grundsätze eben vorgestellt die letztendlich eine zusammenfassung bestehender ansätze sind kommen wir auch mit blick auf die zeit zu dem vorletzten punkt des vortrags nämlich zum blick in die praxis und hier möchte ich ihnen wie gesagt zwei studien vorstellen eine studie die schon ein bisschen älter ist das ist nämlich die studie vom merkator institut in köln die ist von 2012 und im anschluss daran möchte ich ihnen eine etwas aktuellere studie vorstellen das merkator institut hat unter dem label sprachförderung an deutschen schulen die sich der lehrerinnen und lehrer 2012 mittels eines standard oder halb standardisierten interviews lehrkräfte befragt und im fokus der studie standen die fragen wie erfahren lehrkräfte die sprachliche heterogenität in ihren klassenzimmern mit welchen didaktischen und pädagogischen maßnahmen reagieren sie darauf und welche unterstützung hilfestellung wünschen sie sich seien sie nicht verwundert wenn sie jetzt hier in diesem kontext immer den begriff sprachförderung hören er letztendlich wenn man sich die motivation für diese studie und den aufbau durchliest wird klar dass hier sprachförderung eigentlich auch durch sprachbildende maßnahmen unterricht hätte ersetzt werden können warum denke ich jedenfalls warum das nicht passiert ist weiß ich nicht also lassen sie sich bitte jetzt nicht ja vielleicht durch dieses konzept von sprachförderung aus dem elementarbereich was sie so im hinterkopf haben ablenken an dieser studie nahmen insgesamt 512 lehrkräfte von 394 allgemeinbildenden schulen teil und wie gesagt die datenerhebung erfolgte überhaupt standardisierte interviews die ergebnisse kurz zusammengefasst zeigen dass 70 prozent der befragten lehrkräfte angaben dass sie schüler unterrichten die einen förderbedarf haben jedoch haben nur eine oder jedoch haben 61 prozent der lehrer angegeben im unterricht selbst also in ihrem eigenen unterricht selbst keine sprachförderung maßnahmen einzubauen fragt man die lehrkräfte die nicht fördern nach ihren gründen so bemängelt fast die hälfte eine fehlende aus und weiterbildung darauf folgen gründe wie zeitmangel und fehlende unterrichtsmaterialien 14 prozent der befragten gaben an dass sprachförderung nicht die aufgaben gebiet sei und ihren kompetenzbereich übersteige und drei prozent sahen sprachförder maßnahme als aufgabenbereich des deutsch unterrichts die ergebnisse zeigen weiterhin dass sprachförderung den lehrkräften aber wichtig ist denn 91 prozent fordern eine sukzessive aufeinander aufbauende förderung für alle altersstufen und 82 prozent der befragten sehen sprachförder maßnahmen auch als fach übergreifend und eben nicht nur auf den deutsch unterricht beschränkt etwa ein drittel der befragten sieht sich durch ihr studium auf den unterricht in sprachlich heterogenen klassen gut bis sehr gut vorbereitet die anderen zwei drittel entsprechend nicht ja und obwohl heterogene klassen und ein steigender anteil auch an schüler innen mit zuwanderungsgeschichte zum alltag der lehrkräfte in deutschland gehören gaben nur acht prozent der befragten lehrkräfte an dass die themen sprachförderung und deutsch als zweitsprache ein verpflichtender teil in ihrer universitären ausbildung war nur 35 prozent der befragten lehrkräfte haben erfahrungen im bereich der sprachstands diagnostik die ja nun ja für eine gute förderung unabdingbar ist und auf die frage wie sprachförderung im unterricht gelingen kann gaben 52 prozent der befragten an dass hierbei eine veränderung der unterrichtsgestaltung der wichtigste faktor sei fazit der markator studie die befragten lehrkräfte befürworten sprachförder maßnahmen im unterricht binden diese jedoch kaum in ihren eigenen unterricht ein diese diskrepanz beruht vermutlich zu großen teilen auf der als unzureichend empfundenen qualifizierung und vorhandene fortbildungsmöglichkeiten scheinen lehrkräfte nicht zu erreichen und bieten somit keine adäquate ergänzung im vergleich zur universitären ausbildung im bereich eben sprachförderung sprachbildung und deutsch als zweitsprache es könnte man sagen gut die studie ist jetzt locker zehn jahre her bis 2022 das thema ist ja in aller munde vielleicht hat sich da ja was getan ja es sind ja auch neue lehrkräfte aus den universitäten in das referendariat gegangen und in die schulen gegangen deswegen haben hat sich eine masterstudentin für lehramt deutsch an der johannes gutenberg universität in mainz genau mit dieser frage in ihrer masterarbeit befasst und sarah jung hat hier im rahmen ihrer masterarbeit die einstellungen von lehrkräften gegenüber einem sprachbewussten unterricht untersucht sowie und das ist sozusagen eine erweiterung mit blick auf die merkator studie auch die frage gestellt inwieweit sich denn die einstellung der lehrkräfte vielleicht zwischen den fachlehrern unterscheidet ja sie hat also quasi mal ein update gemacht hat insgesamt mittels eines online fragebogens 83 lehrkräfte befragen können was in zeiten von corona und homeschooling ja schon eine super lehrkräfte ist diese lehrkräfte kam überwiegend aus rheinland pfalz und hessen dieser online fragebogen enthielt 22 frageblöcke und jeder blog bestand wiederum aus mehreren items und diese items waren entweder so aufgebaut dass sie ja nein antworten erforderten oder eben eine zustimmung auf einer skala von 1 bis 5 erforderten bevor ich mich auf diese beiden fragen konzentriere vielleicht erst so ein bisschen ein allgemeiner überblick über die ergebnisse 94 prozent der befragten lehrkräfte stimmen zu dass eine sprachbewusste unterrichts gestaltung sinnvoll und notwendig ist 93 prozent stimmen zu dass auch in nicht sprachlichen fächern eine sprachbewusste unterrichts gestaltung erfolgen sollte in klammern aber nur 64 prozent geben an ihren unterricht selbst sprachbewusst zu gestalten ein vergleich zwischen den fächern zeigt hier dass vor allem lehrkräfte aus sprachlichen fächern und gesellschaftswissenschaftlichen fächern mit ja antworteten und diejenigen lehrkräfte die hier mit nein geantwortet haben also aus den mind fächern oder auch aus den ästhetischen fächern gaben an zeitmangel fehlende materialien und fehlende ausbildung schauen wir uns die einstellung der lehrkräfte ein stück weit genauer an ich habe hier einige items dazu rausgesucht und die ergebnisse dieser untersuchung zeiten zeigen im allgemeinen dass oder wir sehen im allgemeinen eigentlich ein sehr positives bild was lehrkräfte mit blick oder mit blick auf sprachbewussten unterricht entwickelt haben die ergebnisse zeigen dass sprache als faktor für einen guten unterricht fungiert sprache wird in den unterricht eingebunden so werden beispielsweise sprachliche handlungen gezielt vermittelt und die lehrkräfte scheinen sich auch der bedeutung ihrer eigenen sprache bewusst zu sein wenn sie da jetzt auf die zahlen gucken das ist mittelwert und standard abweichen müssen sie immer so ein bisschen die skalierung im blick behalten eins ist immer stimme nicht zu und fünf heißt immer stimme vollkommen zu aber je nachdem wie rum das item formuliert war ist ein hoher wert nicht immer gleich gut ja es zeigen sich aber auch ein paar kleine unsicherheiten ja mit blick auf die gestaltung des unterrichts so geben mehr lehrkräfte an dass sie texte vereinfachen und verkürzen um das text verstehen zu erleichtern genauso wie wir sehen dass mit blick auf eine konkrete sprachliche arbeit also in form von wotschaftsarbeit oder ja das erarbeiten von komplexen sprachlichen strukturen ja da sehen wir dass da schon noch ein bisschen luft nach oben ist ja also hier ist noch ja hier sehen wir bei den bei den lehrkräften wie gesagt ein paar kleine unsicherheiten gucken wir für den augenblick auch noch mal ja oder die unterschiede oder schauen wir nach möglichen unterschieden zwischen den fächern auch hier habe ich einige items nur rausgenommen und auch hier lässt sich sagen dass im großen und ganzen sich die fachlehrkräfte eigentlich nicht unterscheiden ja so sind sich alle gruppen der notwendigkeit von spracharbeit im unterricht bewusst und sehen die aufgabe zur förderung auch im eigenen fachunterricht und nicht nur ausschließlich im deutsch unterricht sprachliche strukturen des eigenen faches werden berücksichtigt genauso wie die verschiedenen register der alltags- und fachsprache wo wir jedoch zumindest deskriptiv ja und sie also unterschiede feststellen ist das rückmeldeverhalten der lehrkräfte ja hier sehen wir dass sprachliche fächer oder die lehrkräfte aus sprachlichen fächern er zu rückmeldungen oder rückmeldungen auch zu sprachlichen fähigkeiten geben und mit blick auf die rückmeldung zu fachlichen gegenständen dreht sich das bild ja also fachlehrer von sprache gewichten letztendlich wenn man es vergleichen möchte die sprachliche rückmeldung höher während gerade die mind lehrkräfte hier eher auf die fachliche rückmeldung setzen ja und kleine unterschiede sehen wir auch in dem letzten punkt sie sehen sie ich habe es markiert für die frage ob denn das fachliche niveau durch die fokussierung sprachlicher phänomene im unterricht gesenkt wird ja und auch hier sehen sie sind die 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 sprachlehrkräfte ein bisschen schmerzfreier als die kolleginnen aus den mind fächern ein letzter punkt zu der arbeit und dann schließen wir den teil natürlich hat frau jung auch fragen zur aus und weiterbildung gestellt und hier sehen wir im grunde genommen ganz ähnliches bild 71 sowie in der markatur studie zu fühlen sich 71 prozent eher nicht bis gar nicht auf einen unterricht und sprachlich heterogenen klassen vorbereitet das hat im vergleich zum markatur eigentlich noch ein bisschen zugelegt ja die ausbildung wird als ausreichend empfunden hier haben sich die lehrkräfte auf dieser skala von 1 bis 5 ja bei einer 2 3 eingependelt also so richtig gut ist es auch nicht und 53 prozent der befragten sind an fortbildungen im bereich ja zum sprachbewussten unterricht eher interessiert beziehungsweise sehr interessiert welches fazit können wir aus dieser masterarbeit ziehen nun sprachbewusste unterrichtsgestaltung wird sinnvoll und notwendig angesehen es finden sich im wesentlichen keine unterschiede zwischen den lehrkräften der verschiedenen fächern wir sehen aber wenn man sich einzelne items genauer anschaut schon unsicherheiten bei den lehrkräften eben mit blick auf die gestaltung eines sprachbewussten unterrichts ja und wir sehen zwischen den fächern dann unterschiede wenn die lehrkräfte ihr konkretes handeln im unterricht reflektieren sollen ja was sie da gerichten fachliche oder sprachliche aspekte wenn man jetzt beide studien die merkator studie und die masterarbeit von frau jung gegenüber stellen da muss man sagen die zahlen zeigen zumindest deskriptiv dass eine sprachbewusste unterrichtsgestaltung zehn jahre oder jetzt in den letzten zehn jahren häufiger umgesetzt wird ja die sensibilisierung der lehrkräfte dafür ist genauso hoch ja was aber auch noch genauso hoch ist ist die unzufriedenheit mit blick auf wie fühle ich mich vorbereitet fühle ich mich qualifiziert genug was hätte ich denn gern damit ich ja diese aufgabe besser umsetzen kann insofern komme ich zum letzten punkt des vortrags nämlich zu den implikationen für die lehrkräfte bildung und leider muss ich hier auch noch mal kurz mit zwei fragen starten bevor wir zu ende reflektieren können zum einen müssen wir uns kurz noch mal fragen welche kompetenzen denn für eine sprachbewusste unterrichtsgestaltung notwendig sind und zum anderen möchte ich die frage aufwerfen in welchem rahmen denn diese kompetenzen vermittelt werden können beziehungsweise sollten fangen wir mit der ersten frage an welche kompetenzen sind denn notwendig nun es wird sie jetzt nicht überraschen wenn ich sage man braucht erstmal ein grundlegendes wissen um die notwendigkeit von sprachbewussten unterricht man braucht eine fähigkeit zur sprachreflexion die wiederum sprachbewusstheit und sprachwissen voraussetzt und insofern ist linguistisches wissen ein elementarer bestandteil dieser reflektionskompetenz lehrkräfte benötigen aber auch diagnostische kompetenz nicht nur um die sprachlichen fähigkeiten der schüler in bestimmen zu können oder einschätzen zu können sondern auch um die sprachlichen anforderungen des materials zu erkennen und letztendlich benötigt man didaktisch methodische kompetenz zum einen brauchen braucht man kenntnisse zum planungsvorgehen inklusive der umsetzung der planung und natürlich brauche ich methodenkenntnisse um die planung entsprechend umsetzen zu können eine komponente ist mir hier besonders wichtig das linguistische wissen weil es meiner meinung nach tatsächlich mit die grundlage dafür darstellt dass ich überhaupt sprachbewusst einen unterricht gestalten kann dass ich sprachbewusst agieren kann ja wenn wir sagen sprachbewusstheit als voraussetzung für sprachreflexion braucht auch ein sprachliches wissen dann ist eigentlich klar dass alle lehramtsstudierenden in ihrer ausbildung über ein gewisses linguistisches grundlagenwissen verfügen müssen und insofern lässt sich die frage nach dem rahmen in dem das wissen vermittelt werden sollen aus meiner sicht eigentlich wie folgt beantworten ich möchte mich ja gar nicht auf den fortbildungssektor oder die zweite phase beziehen sondern ich denke dass genau diese kompetenz in der ersten phase der lehrerinnenbildung vermittelt werden muss nämlich an den universitäten ja und diese vermittlung muss auch muss sich auch an alle studierenden des lehramts richten und nicht nur an studierende philologischer fächer es gibt in nrw und auch in berlin bereits module die für alle lehramtler verpflichtend sind wo das thema sprachbildung aufgegriffen wird aber bundesweit gesehen ist hier noch sehr viel nachholbedarf das wichtige dabei bei der vermittlung dieser kompetenzen ist es sprache als grundlage zu verstehen ja eben als grundlage für sprachreflexion und das ist aus der erfahrung heraus ja den studierenden am anfang nicht immer leicht zu vermitteln warum linguistik notwendig ist ja weil ganz schnell diese frage auftaucht wofür brauche ich das ja das heißt wir sehen gerade in der deutschdidaktik oder in der sprachdidaktik dieses dilemma schon seit vielen vielen jahren ja das irgendwie dieser zugang zu diesen sprachwissenschaftlichen kontexten den studierenden nicht so offensichtlich ist wieder zugang zu didaktischen kontexten aber letztendlich bleibt der grundsatz dass ich nur dann auch sprachdidaktisch flexibel und verantwortungsvoll handeln kann wenn ich den sprachlichen gegenstand um den es geht auch verstanden habe und insofern brauchen die studierenden ja ein gewisses maß an linguistischen grundlagen um dann reflexiv handeln zu können nämlich um strukturen und regeln benennen beschreiben und erklären zu können um strukturen und regeln der fachsprache erkennen und deren herausforderung für die didaktische modellierung analysieren zu können und um unterschiede zwischen sprachlichen registern und modalitäten und deren zusammenspiel erkennen und vermitteln zu können und die frage stellt sich jetzt so ein bisschen wie kann uns das gelingen ja alle lehramtsstudierenden zu erreichen und nicht nur die ja die zufälligerweise bei uns im fach studieren und in diesem zusammenhang möchte ich Ihnen abschließend noch zwei projekte aus der mainzer praxis vorstellen das eine ist das projekt wind technik und wirtschaft integrierte didaktik ist ein bmbf gefördertes projekt im rahmen der qualitätsoffensive lehrerinnenbildung und hier gibt es ein teilprojekt namens sprachreflex sprache sprachsensibilisierung und sprachliche reflektion im kontext von fachunterricht und mehrsprachigkeit dieses gesamte twin projekt ist im kontext der berufsbildenden schulen angesiedelt ja und in dem teilprojekt sprach reflex wo ich mit einer kollegin zusammenarbeite haben wir uns eben zum ziel gesetzt angehende bbs lehrkräfte bei der vorbereitung auf den unterricht in sprachlich heterogen klassen zu unterstützen indem wir möglichkeiten für eine fachsprachliche förderung im rahmen eines sprachbewussten unterrichts aufzeigen wie soll uns das gelingen nun über die erstellung so genannter digitaler medienpakete und diese medienpakete sie sehen hier so eine kleine skizze haben verschiedene input varianten haben verschiedene aufgaben formate so dass man die studierenden nach möglichkeit auf verschiedenen kanälen im wahrsten sinne des wortes erreichen kann diese medienpakete werden online zur verfügung gestellt können im selbststudium bedarfs- und interessenorientiert bearbeitet werden bieten aber auch die möglichkeit für lehrkräfte einzelne aspekte rauszuziehen und im seminar einzusetzen das erste mit dem paket ist bereits fertig das ist auch bereits sehr erfolgreich evaluiert mehrsprachigkeit und schule heißt es und hier haben wir ja und so ein grundstock an linguistik mit reingepackt und die studierenden fahren damit sehr gut ja mit dem paket 2 wird jetzt fertiggestellt mit dem paket 3 bleibt noch bis ende 23 zu entwickeln falls sie da interesse haben mal in diesem medienpakete reinzuschauen sehr gerne schreiben sie mir einfach eine e mail das lässt sich alles einrichten das zweite projekt was ich ihnen vorstellen möchte ist noch ein projekt der zukunft weil es voraussichtlich am ersten neunten 22 startet es ist das projekt fachdidaktische unterrichtsplanung fachspezifisch und fachübergreifend und genau das ist der grund warum ich ihnen das kurz vorstellen möchte es ist ein projekt was ich zusammen mit kerstin pohl und marion plin aus der didaktik für politische bildung und didaktik der geografie geschrieben habe es wird gefördert von der stiftung innovation in der hochschullehre förderlinie freiraum und ziel des projektes ist es dass die studierenden fachspezifische und didaktische kompetenzen vertiefen und dabei eine fachübergreifende didaktische perspektive aufbauen sollen sie sollen dabei ein konzept unterrichtlicher praxis entwickeln auf dessen grundlage gemeinsamkeiten und unterschiede der fächer deutlich und kooperationen der praxis erleichtert werden sollen und wie setzen wir das um wir haben uns hier der idee der medienpakete bedient wir haben es jetzt hier in dem antrag als sogenannte lernmodule bezeichnet insgesamt wollen wir gemeinsam mit den studierenden aus unseren eigenen fachdidaktiken aber eben auch fachübergreifend zu den schwerpunkten fachspezifisches bildungsverständnis lernen anleiten sprache im fach förderung der kompetenzentwicklung unterrichtsverlauf und medien wollen wir gemeinsam inhalte entwickeln die dann ebenfalls in form eines digitalen moduls zur verfügung gestellt werden und eben im selbststudium bedarfs und interessen orientiert eingesetzt werden können und eben auch in der lehre ja damit wollen wir das eben auflösen dass lehramtsstudierende die fächer eigentlich immer bloß nebenher oder nebeneinander studieren ohne eigentlich ja die schnittstellen dazwischen zu erkennen an dieser stelle hole ich luft um zu sagen vielen dank für ihre aufmerksamkeit vielen dank fürs zuhören und wenn sie fragen haben anregungen kritik dann jederzeit sehr gern vielen dank dank аков Heilike 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 heilike